Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen Beauty Haul für dich, inklusive einer interessanten Ankündigung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der interessanten Ankündigung. Und zwar ist jetzt ab heute, ab dem 4.11. Singles Week bei Dalton. Genau, Dalton ist ja auch ein Kooperationspartner von mir, deswegen Werbung, Werbung, Werbung Leute. Ihr bekommt mit dem Code SINGLECLAUDI, alles groß geschrieben, habe ich euch eingeblendet, habe ich euch auch in der Infobox verlinkt, 30% auf fast alles. Also auf alles, was halt nicht irgendwie so reduziert ist oder sowas. Also auf die ganz normalen regulären Preise. Und ich habe jetzt hier auch ein Geschenkset exemplarisch zugeschickt bekommen. Diese Geschenksette, Geschenksette, Geschenksets sind nämlich auch in dieser Rabattaktion mit inkludiert. Was ich ziemlich cool finde, weil die dadurch, dass sie in einem Set sind, schon generell rabattiert sind. So um die 30%. Und dann bekommt ihr durch den Code, den ich euch genannt habe, nochmal 30% on top. Das ist ziemlich cool, finde ich. Und deswegen schauen wir uns einfach mal das Extreme Lift Marine Filler Beauty Selection Set an. Ich werde euch auch in meinem Aufgebraucht-Video, was ich gleich abdrehen werde, ne, was Samstag online kommt, jedenfalls der erste Teil davon, so ein paar Produkte zeigen und euch auch meine Reviews dazu geben. Zum Beispiel zu den Masken, zu den, zu der Augencreme und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber auch schon einen kompletten Dalton-Test gemacht. Verlinke ich dich hier oben mal im i. Da habe ich auch sehr, sehr, sehr intensiv über die einzelnen Produkte gesprochen, die ich so im Test verwendet habe. Ich habe aber auch im Nachgang noch weiterhin Produkte bekommen. Sei es aus dem Adventskalender, den ich dir auch noch irgendwann gleich einblenden werde, weil so schnell aufeinanderfolgend sollte man keine Infokarten machen. Ähm, kommt irgendwann da oben gleich mal im i. Ähm, genau. Okay, auf jeden Fall, äh, ja, da habe ich halt einige Produkte drin verwendet und kann euch da halt auch meine Reviews zu geben. Bei diesem Set weiß ich noch nicht, was ich davon vielleicht schon verwendet habe. Müssen wir gleich mal gucken, weil ich selber noch nicht reingeschaut habe. Ähm, genau. Und das hier ist jetzt exemplarisch das Extreme Lift Marine Filler Beauty Selection Set. Wie gesagt, 30% bekommst du mit dem Code Single Cloudy. Ich bin kein Single, aber es ist Single Week, also quasi das Gegenteil von Valentine's Week, ne? Ähm, genau. Auf jeden Fall ist das so und, äh, dann bekommst du nochmal 30%. Genau. So, Dalton ist immer super, super informativ mit den verschiedenen Geschichten unterwegs. Das heißt, ähm, du bekommst auch, wenn du so ein Set bekommst, ein Begleitheft mit dabei. Es ist ja so bei mir auch gewesen, dass ich am Anfang, ähm, eine Hautberatung hab machen lassen. Also, das war tatsächlich dann telefonisch. Da habe ich fast, boah, ich weiß gar nicht wie lange, halbe, dreiviertel Stunde oder so, habe ich mit der, äh, Dame telefoniert. Und, ähm, wir schreiben uns auch immer noch, ne? Also, da wird halt auch immer noch geschaut, wo kann man gegebenenfalls was perfektionieren. Ähm, ich habe jetzt gerade die Augencreme zum Beispiel leer gemacht. Da müssen wir gucken, ob wir da vielleicht einen passenden Ersatz auch noch finden. Oder ich verwende die, die ich im Adventskalender drin hatte. Oder, oder, oder. Auf jeden Fall, äh, habe ich auch noch, ich habe so viele Produkte von denen auch aktuell noch in Anwendung. Die muss ich vor allem erstmal aufbrauchen. Ähm, sehr engen Kontakt. Und da wird dann dir persönlich zugeschnitten eine Hautpflegeserie gebastelt. Ne? Also, es ist nicht so, dass, es gibt die Serie XY und die hast du jetzt auch komplett zu nehmen, weil du hast trockene Haut, deswegen nimmst du jetzt die Hydrolift-Serie. Buff. Nein, das ist tatsächlich so, dass du, je nachdem, welche Stellen bei dir im Gesicht ja auch was Besonderes brauchen, ähm, wird dann auch direkt darauf eingegangen. Und das finde ich ganz cool. Genau. So, auf jeden Fall, schaut da online einfach mal vorbei. Da kann man Termine vereinbaren. Was jetzt vielleicht so gerade jetzt sehr überlaufen sein könnte, deswegen seid schnell. So, ähm, ja. Heftchen. Da sind dann die einzelnen Sachen erklärt. Da ist einmal Dalton Marine Kosmetik erklärt, ne? Das ist ja mit dem Cellumerextrakt, was dann ja auch wirklich der Haut an sich nach empfunden worden ist und der ganzen Meereskosmetik und so weiter, damit die ganzen Wirkstoffe, ich bin kein Hautspezialist, wirklich nicht, aber damit das Ganze besser einfach, einfach besser wirkt und natürlicher wirkt und angenehmer für die Haut ist, ähm, ist ja alles nochmal drin erklärt. Auf Deutsch, auf Englisch und man kann sich da wirklich komplett weiterbilden und voll einlesen. Für mich sind das böhmische, böhmische Dörfer tatsächlich und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Beraterinnen an der Hand habe, die mir dann sagen, was ich brauche. Ähm, ja. Ich kann euch zu anderen Themen viel, viel mehr erzählen, ne? Aber es ist schon sehr, sehr cool, wie das hier auch abgebildet ist und so weiter und so fort. Aber, ja, ne? Habe ich mir einmal durchgelesen, als wir die Kooperation begonnen haben. Da habe ich so einen Batzen an Begleitheften gehabt, weil ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Serien dann ja auch ausgetestet habe. Hammermäßig. Okay. Dann gehen wir mal auf die Produkte ein, die wir hier so haben. Ähm, das ist hier einmal die Extreme Lift Marine Filler Creme. Das ist, äh, diese hier. Die ist in diesem Set enthalten und du hast hier oben auch einen Spadeln mit dabei, sodass du nicht mit deinem Finger in die Creme rein musst, was ich richtig gut finde. Ähm, dann haben wir hier auch noch das Marine Filler Serum. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht verwendet, deswegen kann ich da noch gar nichts zu sagen. Und wir haben die Marine Filler Emulsion. Auch da kann ich noch nichts zu sagen. Auch da haben wir einen Spadeln mit dabei. Also die beiden Produkte habe ich noch nicht verwendet. Ich glaube, die habe ich tatsächlich auch schon in Anwendung gehabt. Also was ich auf jeden Fall aus der Serie, äh, gerade leer gemacht habe, also vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, äh, ist die Augencreme. Also es ist wirklich Extreme Lift, Leute, ne? Also, ähm, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich sage, ach Mensch, Leute, nach ein paar Wochen seid ihr faltenfrei. Nein. Oder dass jetzt irgendwie sichtbar Falten gemindert werden. Aber deine Haut fühlt sich tatsächlich durchfeuchteter an. Es fühlt sich alles irgendwie, es fühlt sich so an. Also wenn ich mich, nachdem ich mich eingecremt habe, im Spiegel angeguckt habe, ne? Nachdem ich die Augencreme verwendet habe, habe ich für mich persönlich gedacht, okay, die Linien sind schon weniger, ne? Also es sieht weit, weich gezeichneter aus. Jedenfalls war das so mein Empfinden. Also mein Freund hat jetzt nicht zu mir gesagt, Mensch, Claudia, du siehst jetzt auf einmal zehn Jahre jünger aus. Nein. Aber es war halt für mein Empfinden so. So. Genau. Ich habe jetzt kein Vorher-Nachher-Bild und ich habe jetzt auch nur meine persönliche Empfindung und das ist halt sie gewesen. So. So viel dazu auf jeden Fall. Könnt ihr dieses Set dann nochmal 30% günstiger kriegen. So wie auch alle anderen Sets, ne? Die da mit enthalten sind. Mit dem Code Single Claudi oder Single Claudi 30. Leute, ich glaube, ich habe euch die ganze Zeit gerade einen falschen Code erzählt. Aber ich habe es euch ja immer wieder eingeblendet oder mich. Oder die Zukunfts-Claudi aus dem Schnitt hat mich dann immer wieder korrigiert. Auf jeden Fall finde ich das echt cool. Das ist eine schöne Geschenkbox. Die kann man entweder für sich selber als kleines Geschenk zwischendurch mal holen oder man kann sie kaufen, um sie zum Beispiel seiner Freundin, seiner Frau, seiner Mutter oder wem auch immer, seinem Mann, seinem Papa, seinem Opa, irgendwem, das ist ja auch Unisex, ne? Zu Weihnachten zu schenken, zum Nikolaus zu schenken, wie auch immer man das haben möchte, zum Geburtstag zu schenken. Weil es einfach auch hier, ne? Wirklich wie so eine kleine Schublade. Du ziehst es raus. Du kannst es mega einfach einpacken, weil es halt rechteckig ist. Deswegen, also ich mag das. Ich habe das so vorher noch nicht gesehen. Das ist auch, glaube ich, relativ neu. Und ich finde jetzt zu Weihnachten hin, passt es sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, Singles Week, schaut da vorbei. Natürlich ist jetzt generell überall auch diese Singles Week kurz vor Black Friday im Gange. Also das kommt jetzt auch. Also schaut euch gerne mal um. Ich werde mich ebenfalls weiter umschauen. Und wenn ich weitere Angebote finde, teile ich die auch immer wieder auf Instagram. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße A-I-Dweck-P-Claudia rückwärts und ein P dahinter. Es ist ein furchtbarer Instagram-Name. Ich weiß das. Aber ich finde ihn geil. Eben, weil er so furchtbar ist. So. Es gibt tatsächlich noch eine zweite ziemlich coole Aktion, die jetzt gerade läuft. Halt auch zu dieser ganzen Geschichte, Singles Week und so weiter. Und zwar mit der Marke Summer Food hatte ich ja schon mal eine Kooperation. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video. Da habe ich die Fußmaske tatsächlich auch schon getestet. Und ich bekomme sie auch immer wieder zugeschickt und verwende sie auch gerne tatsächlich. Einfach mal, um den ganzen Schmodder von meinen Füßen zu kriegen, in Anführungsstrichen. Ich mache tatsächlich immer mal wieder diese Hornhaut-Entfernungs-Fußmasken. Aber da ich ja schon ein Video dazu gedreht habe, habe ich mir gedacht, muss ich nicht jedes Mal ein Video dazu drehen? Es ist mir auch immer so ein bisschen... Es ist schon ein bisschen unangenehm, sich vor die Kamera zu setzen und dann die ganze Haut zu ziehen, Leute. Aber gut. Auf jeden Fall haben die aktuell Sets im Angebot. Und da möchte ich euch gerne einfach mal das Frauen-Set 1 zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und euch auch gerne einen Gutscheincode dafür mit an die Hand geben. Das sind halt Produkte, die dann sowieso schon mal im Set reduziert sind. Das heißt, die sind dann sowieso schon ungefähr 30% günstiger als das, was du normalerweise da im Online-Shop zahlen würdest. Und genau. Ja. Ihr bekommt nochmal 10% mit dem Code ClaudiesWell10. Ich verdiene auch tatsächlich ein bisschen was an dem Code. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Also musst du wissen, ob du das dir so bestellen möchtest oder eben nicht. Schau dich gerne im Online-Shop um. Denn es gilt halt auf den Online-Shop. Und ja, vor allem die Sets sind dann das größte Preis-Leistungs-Verhältnis. Technisch beste, geilste. Deal gedöhnt sind für dich. So, in diesem Frauen-Set 1 haben wir ein paar Produkte drin, die ich schon kenne. Das ist einmal diese Blackhead-Mask. Und da habe ich wirklich, wirklich Angst vor. Ich weiß nicht, ob ich die selber verwenden werde. Sie ist halt im Set mit drin. Das ist eine Maske, eine Peel-off-Maske. Aber sie ist halt wirklich nur für die Nase. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Geschichte wird. Weil mittlerweile entwickelt sich da auch das eine oder andere bei mir in meinem Gesicht, was da nicht wirklich hingehört und wo ich auch gerne so ein Produkt verwenden möchte. Ich finde es übrigens super witzig, dass Summer Food jetzt eine richtige Beauty-Linie aufbaut. Denn wir kommen gleich noch zu viel kurioseren Produkten, Leute. Genau. Das ist einfach eine ganz interessante Geschichte, was halt einfach tierversuchsfrei ist, was ich sehr sympathisch finde. und das ist halt hauptsächlich für die Nase gedacht. Du kannst es im ganzen Gesicht anwenden, wenn du da richtig Bock drauf hast. Ich denke, dass ich das auch anwenden werde, aber dann wirklich nur auf der Nase. Da habe ich halt auch nicht so diese ganzen Problemgeschichten, die ich manchmal in meinem Gesicht habe. Die Nase ist bei mir eigentlich immer relativ verschont, bis auf so den einen oder anderen unschönen Punkt, der da manchmal so ist. Auch mit in diesem Vierer-Set befindet sich ein Hyaluron-Serum. Ich finde das so witzig, ne? Summer Food Naturkosmetik. mit Arganöl und Retinol. Das ist Vitamin A. Das ist halt auch sehr gut für die Haut. Und das ist ohne Silikone, ohne Mikroplastik, ohne Hormone, ohne Parabene, ohne PEGs, ohne Mineralöle und ohne synthetische Farbstoffe. Und das ist hergestellt in Deutschland. Und hier sind 100ml drin, Leute. Wenn man ein Serum kauft, dann hast du normalerweise 30ml drin. 50ml ist doch schon ein ganz schön großes Produkt. Und das finde ich cool. Ja, das ist halt Feuchtigkeitsspenden. Das ist Hyaluron. Das ist auch gut gegen Fältchen und so weiter. Und das werde ich halt auch demnächst mal verwenden. Finde ich ganz nett. Also dementsprechend, ne? Interessant, dass Summer Food auch solche Produkte rausbringt. Genau, das ist die Summer Food Maske. Das ist halt das Aushängeschild von denen. Die kostet normalerweise, ich glaube, so 30 Euro. Und wie gesagt, in dem Set, ich glaube, das Set kostet... Ich gucke es mal eben schnell nochmal nach. Ich möchte jetzt hier keinen Blödsinn erzählen oder so. Frauenset 1 kostet anstatt von 139,99,99,99. Das heißt, 100 Euro zahlst du für die vier Produkte, was nicht wenig ist, Leute. Aber wenn allein diese Maske schon ungefähr 30... Ja, und die ist es halt auch einfach wert, ne? Ich habe ja einige Fußmaske schon getestet, auch die von Balea zum Beispiel. Die hat ja nicht so gut bei mir aufgestellt. Ach, da habe ich ein Video zuvor zugedreht. Schaut mal. Das ist tatsächlich... Und das ist mir ultra peinlich eigentlich, ne? Das ist das beliebteste Video auf meinem Kanal, Leute. Das ist das Video mit den meisten Klicks. Ist das traurig? Ja, irgendwie schon. Egal. Auf jeden Fall finde ich, diese Maske ist einfach die beste Hornhautentfernungsmaske, die es halt so auf dem Markt gibt. Und ich habe schon ein paar ausprobiert. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich richtig geil finde. Ich erwähne das immer wieder in letzter Zeit auch in meinen Videos, dass ich, also auch wenn ich die ganzen Adventskalender auspacke, da haben wir immer diese Einzelsachés drin mit Augenpatches. Und ich sage immer, die sind gut, die machen auch einen schönen Effekt, aber es ist halt super viel Müll dafür. Und ich mag halt lieber, wenn man wirklich so Sachés, ach, wenn man so richtig Pöttchen hat, wo du 60 Stück dran hast und wo du halt dann einmal Müll hast und fertig. Hier hast du iPads. Ist das nicht geil? Ich finde es richtig geil. Das sind halt diese iPads und ich nehme die mal eben kurz aus der Verpackung raus. Übrigens, Vorführeffekt ist in Folie drin. Hach, Mensch, Summer Food. Das ist jetzt hier wirklich der Vorführeffekt, denn auch das ist jetzt nochmal eingeschweißt. So was kannst du natürlich sowohl im Sommer als auch im Winter verwenden. Richtig, richtig, richtig schöne Verpackung. Das gefällt mir. Und dann hast du halt so ein rausnehme wie ein Löffelchen und dann sind hier drin diese iPads. Und die werden halt verwendet und... Hm, die riechen ganz angenehm. Die sind halt in so einer Flüssigkeit und die sind blau. Das finde ich ja cool. Wabbel, wabbel. Ja, es sind halt so Wabbelviecher hier drin. Deswegen hast du ja auch... Oh, muss ich aufpassen, dass mir das Ding hier nicht runterfließt. Oh, hab ich schon getropft. Mist. Ja, ist halt sehr viel Flüssigkeit hier drin. Deswegen war das auch wahrscheinlich eingeschweißt. Dass wenn es auslaufen sollte, dass man trotzdem hier noch das Ganze irgendwie zu hat. Ja gut, komm, ne? Passt schon. Ich mach das hier mal kurz ein bisschen sauber, ne? Dafür hat man auch sehr viel Kleidung hier an. Damit man Produktreste abmachen kann. Genau, die finde ich sehr interessant. Die werden auch von mir ausgetestet werden. Die Verpackung werde ich jetzt so nicht mehr brauchen. Aber ich finde es einfach super, super cool, dass Summer Food, die ja wirklich von dieser Fußmaske ausgegangen sind, einfach auch jetzt Produkte fürs Gesicht rausgebracht haben. Sowohl die Augenpatches als auch das Hyaluron-Serum als auch diese Black Hat Mask. Wobei diese Black Hat Mask, die kannten wir auch schon vorher so ein bisschen. Aber gut, wie gesagt, mit dem Welt... Mit dem Welt... Mit dem Code. Cloudies Welt 10 sparst du 10% auf den Online-Shop. Der gilt jetzt für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, wie lange er gilt, aber solange er aktiv ist, greift zu, Leute. Ist eine coole Nummer. Und jo, ihr unterstützt mich natürlich auch mit dabei. Bin ich ehrlich. Fände ich natürlich auch cool. Aber, ne? Ich kann auf jeden Fall die Maske, also die Fußmaske empfehlen und die anderen Produkte muss ich nochmal eingehend testen. Ich nehme euch da aber auf jeden Fall mit auf Instagram. AIDUACP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. So heiße ich auf Instagram und da mache ich dann auch gerne mal so eine kleine Insta-Story oder einen schönen Post dazu und erzähle ein bisschen was zu den Produkten. Ne? Okay, das nächste, wo ich dann tatsächlich geshoppt habe, beziehungsweise eigentlich ja das erste, weil das habe ich ja zugeschickt bekommen, ne? Ist Kiko. Seht ihr hier auch schon. Kiko hat eine Sonderedition herausgebracht und zwar in Kooperation mit Wonder Woman. Also nicht mit Wonder Woman selber, aber es ist die Wonder Woman Limited Edition. Ich denke, das ist dann die Marvel Limited Edition. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es diese wunderschöne Tasche gratis mit dabei. Die habt ihr eben auch schon hier gesehen. Ja, die hat man irgendwie ab einem gewissen Bestellwerk bekommen, wenn man da bei Kiko bestellt hat. Ich hätte sie mir nicht bestellt, bin ich ehrlich. Ich werde die auch irgendwie als Geschenkumverpackung weiternehmen oder für Adventskalender, wie auch immer. Sie sieht schon scharf aus, Leute, ne? Es ist halt richtig kitschig. Aber es ist halt eine Putsch, also so eine kleine Kosmetiktasche. Es ist, es hat schon was irgendwie. Irgendwas hat es. Irgendwas. Ich weiß nicht, was es hat, aber es hat irgendwas. Ich nehme mal hier das Kram raus. Die ist halt wirklich so starr. Ne? Es schon, ist es witzig. Ey. In jedem von uns steckt eine Wonder Woman. Das hat die liebe Jana, What's One Beauty, hier oben verlinke ich euch den Kanal, gesagt, als sie ihren Kiko Haul gezeigt hat. Und das stimmt. In jeder von uns steckt eine wundervolle Frau, die ihre ganz eigenen Superkräfte hat. Denn wir Frauen, wir sind wunderbar. Wenn Männer zu gucken, ihr Männer, ihr seid auch wunderbar. Aber wir Frauen, wir sind einfach besser. Entschuldigung. Es ist so. Wir verbringen jeden Tag aufs neue Wunder. Ich meine, überlegt euch das mal. Alle vier Wochen bluten wir eine ganze Woche durch, ohne zu sterben. Das ist voll krass, Leute. Ne? Nur mal so. Okay, ja. Ich habe mir ein bisschen ein paar Sachen aus dieser wundervollen Limited Edition bestellt. Ich habe aber auch noch irgendwie aus anderen Limited Editions mir was bestellt. Als erstes habe ich mir hier den Wonder Woman Starlight Blush bestellt. Ja, Kiko ist jetzt... Ich habe ja auch den Adventskalender ausgepackt, den ich dir safe irgendwo gleich auch hier in diesem I-Bild mal wieder verlinke. Die Produkte aus der Standardgeschichte finde ich jetzt zum einen nicht so wunderschön, zum anderen auch qualitativ nicht so umhaut. Und der Adventskalender war halt auch echt Mist. Aber die Limited Editions, die raushauen, die haben es halt echt in sich, Leute. Und das ist halt echt einfach... Allein vom Packaging, da zerfließe ich doch einfach. Das ist der Starlight Blush. Und ich habe die Farbe 03 Athena Strategy. Also die Strategie von Athena. Der sieht jetzt erstmal so okay aus, aber der ist halt mit Schimmer. Das ist so ein bisschen wie der Luminoso von Milani. dass du halt, ne... Das ist nicht so intensiv, wenn man das jetzt im ersten Moment denkt. Genau. Oder... Ja, ich weiß nicht. Der Luminoso ist noch ein bisschen heller. Das ist halt so ein Blushleiter. Den kannst du halt echt toll so drüber tragen. Ich habe jetzt heute auch von Natascha Denona einen Blushleiter drüber. Du siehst es halt nur ganz subtil, ne? Es ist nicht so kavumm, du hast es im Gesicht, sondern es ist subtil. Und das werde ich auch demnächst mal in so einem Schminki einfach mal verwenden. So. In dieser Limited Edition gab es ungefähr alles, was das Herz begeht. Es gab sogar eine Foundation und die habe ich mir geholt. Born to Last Foundation 24 Hours. Das glaube ich ja nicht, ne? Hier sind 28 Milliliter drin, was ja ziemlich witzig ist. Ich habe die Farbe 01 Ivory. Denn ich denke mir immer so, ja komm, also... Heller, ach Quatsch, dunkler kriege ich eine Foundation. Easy. Aber heller kriege ich sie super schwer. Deswegen bestelle ich mir gerne die hellste Farbe, die es so gibt. Ich meine, ich habe hier zum Beispiel auch von einer anderen Foundation die hellste Farbe drauf. Und es war nicht so ultra leicht, die dunkler zu kriegen. Äh, heller zu kriegen. Deswegen. Und das sieht aber jetzt extrem heller aus. Oh mein Gott. Ja, okay. Ähm. Huch. Also es würde theoretisch zu meinem Körper passen, der ja echt, also furchtbar blass ist. Genau, hier ist ein Pumper. Ich pumpe mir das mal irgendwie drauf und gucke mal, wie das so aussieht, ne? Ein bisschen swatchen können wir hier ja. Riecht jetzt so nach nicht viel, ne? Die sieht wirklich deckend aus. Oje, oje. Die fließt langsam, aber sie fließt. Oh, die riecht doch jetzt... Jetzt riecht man das. Mega geil blumig. Ich meine, wer keine parfümierten Geschichten mag, dann tut es mir leid. Aber die riecht schon mal sehr gut. Ui, die wird aber sehr, sehr trocken. Da muss ich einen ordentlichen Primer drunter tragen, sonst wird sie ein bisschen heftig. Also so sieht das jetzt auf der Hand aus. So sähe die Hand ohne Foundation aus. Ne? Die deckt schon ein bisschen ab. Die ist jetzt nicht so ultimativ deckend, aber die muss ich halt im Gesicht testen. Da muss auf jeden Fall auch ein Primer drunter, sonst wird es furchtbar. Ähm, jo. Aber jetzt macht die erst mal so auf den ersten Sponge einen gar nicht so schlechten Eindruck, muss ich gestehen. Gut. Was habe ich denn noch alles gekauft hier? Ähm, ja, das musste sein. Power Do Face Brush. Der war hübsch, Leute. Oh mein Gott, den fand ich ja so toll. Pinsel dürften ja gerne aus Limited Editions bei mir einziehen. Und wenn die dann auch so ultimativ aussehen wie der hier, ich mag zwar nicht so gerne, wenn die so zwei Enden haben, weil wie zur Hölle soll ich den dann hinstellen? Oh, ist der weich. Oh mein Gott, der fühlt sich gut an. Der ist hübsch, oder? Ey, komm. Also vom Design her, der schreit aber laut, hallo, hier bin ich. Das ist ein extrem weicher Pinsel. Der war jetzt auch nicht super billig, ne? Aber der war jetzt auch nicht mega teuer. Der fühlt sich, oh, so schön an, als würde ich Samys Ohren streicheln. So fühlt sich der an. Also wenn ihr diesen Pinsel kaufen solltet, ohne Scheiß, das fühlt sich ganz genau so an, als würde man Samys Ohren streicheln, dann wisst ihr, wie sich das anfühlt. Das ist ein mega schönes Gedöns. Okay, und das hier, oh, das ist ein bisschen fester gebunden. Das ist auch schön, ne? Da kannst du dann, damit kann ich mir gut vorstellen, dann den Blush aufzutragen, weil er ja diese Schimmerpigmente mit drin hat. Und dann kriegt man immer ein bisschen schwerer halt die Farbe aufs Gesicht. Und dann kann ich mir das gut vorstellen mit einem etwas festeren. Ist das ein weicher Pinsel? Okay, ja, schöner Pinsel gefällt mir richtig gut. Ja, nächstes Gedöns, was ich mir bestellt habe, ist tatsächlich aus einer anderen Edition, und zwar die Conscious Edition. Das ist das Vegan Duo Eyebrush-Ding. Ja, das ist die Conscious Edition. Die halt, sag das mal ganz schön hintereinander, da kriegt ihr auch einen so Krampf, ey. Genau, das ist dann so ein bisschen natürlicher, glaube ich. Da hatte ich auch, glaube ich, mal irgendwie so eine Lidschattenpalette von. Da hast du halt einfach auch wieder so einen doppelendigen Pinsel, ne? Auf der einen Seite ist das halt so ein Lidschatten-Gedöns. Ach, Pigment zum Beispiel kannst du damit sehr gut aufnehmen. Oder eine Cut-Crease kannst du damit sehr schön ziehen, weil er sehr fest gebunden ist und sehr flach ist. Auf der anderen Seite hast du so einen Smudger-Pinsel. Smudger gehören, ja, eigentlich eher so diese abgeschreckten Smudger, aber das sind halt so die Pinselformen, die ich persönlich eigentlich am liebsten mag. Einfach so, von der Form her. Keine Ahnung, ob man Präferenzen bei Pinseln haben kann, aber das sind so meine. Und ja, den fand ich eigentlich auch ganz hübsch, deswegen durfte der auch mit. So, dann habe ich noch was mit aus der Lost in Amalfi Edition genommen. Also die haben super viele Limited Editions gleichzeitig am Laufen. Jetzt haben die auch gerade nochmal zu dem Adventskalender oder eine Weihnachts-Limited Edition am Laufen. Ich weiß gar nicht, was da los ist bei Kiko. Ich glaube, die hatten im Sommer oder im Frühjahr halt mega die Probleme, weil es ja Italien, ne, wegen Corinna und so weiter, Lockdown, blablabla. Und deswegen hauen die jetzt einfach mal alles raus, was die eigentlich im Laufe des Jahres langsam rausgehauen hätten. Die Website war ja auch irgendwann mal so zwischenzeitlich down. Genau, deswegen. Jo, habe ich dir mal mitgenommen. Das ist die Parbe 01 Warm Melange. Mal gucken. Also online sieht das ja immer ein bisschen anders aus, als das, was du dann letztendlich in deinen Händen hältst. Und hier fand ich einfach die Verpackung so mega schön. Ich meine, guckt euch die mal an. Jetzt mal unter uns Hübschen hier. Ist das nicht eine extrem tolle Verpackung? Die Optik ist 1A. Fühlt sich jetzt günstiger an, als es aussieht, um ehrlich zu sein. Also es ist dann doch etwas lockerer, aber es sieht einfach richtig schön aus. Ich stehe auf Verpackung, ne? Ja, und der ist auch echt schön. Ne? Also das fühlt sich jetzt günstiger an, als es tatsächlich ausgesehen hatte. Egal. Boah, das ist aber duftig hier. Boah, der ist aber ordentlich parfümiert. Der riecht nach irgendwie einem Parfum von einer älteren Dame. Kann man mögen, muss man nicht. Ist okay, das ist so ein marmorierter Blush. Ach Quatsch, Bronzer. Das heißt, der wird jetzt nicht so ultra dunkel sein, denke ich mal. Aber es fühlt sich schon sehr gut pigmentiert an. Aber er dürfte tatsächlich für mich sehr gut passen. Spiegelchen hast du auch noch mit dabei. Feiert eine Party. Halt die Teil. Der hat sogar einen leichten Schimmer mit drin. Oder ist das meine Hand? Generell die Glitzer, ich weiß nicht. Sehr dezent, ne? Ist jetzt hier neben dem Blush. Sehr, sehr dezent. Hat fast was von der Farbgebung her, von dem Too Faced Chocolate Soleil. Weil der ja auch relativ hell ist. Aber die Optik, vielleicht hole ich mir den nochmal in einer anderen Farbe ein bisschen dunkler. Aber gut, wenn ich so eine helle Foundation habe, dann wird der wohl funktionieren, ne? Joa. Okay, so. Das sind jetzt die Produkte von Kiko gewesen. Das ist schon ziemlich scharf, oder? Also ich fand die schon ziemlich cool. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was hier steht. Und zwar habe ich bei Cosmetic For Less eine Bestellung aufgegeben. Die jetzt aber relativ unspektakulär ist. Ich habe einfach dreimal dieses Pinselset bestellt. Das ist ja dieses Christmas Pinselset. Ich muss gestehen, dass ich die Verpackung furchtbar finde. Und wenn ich dieses Pinselset in Adventskalender packen werde, was ich vorhabe, dann werde ich das auch rausnehmen, ne? Weil das mag ich ja überhaupt nicht leiden. Also diese Verpackung ist zwar jetzt so auf den ersten Blick schön, sah auch online mega aus. Aber dieses Glitzer, das geht halt ab und du hast es überall. So etwas mag ich ja auch gar nicht bei Weihnachtsdekorationen und so, ne? Wenn du so Weihnachtskugeln, wenn du die anpackst und direkt den Glitzer überall hast, dann kriege ich einen Rappel. Ich gucke mal, wie ich das jetzt hier aufkriege. Ich habe das halt dreimal geholt. Einmal für mich und zweimal für die Adventskalender, die ich demnächst packe. Weil ich liebe einfach die Limited Edition Pinsel von Essence. Ist einfach so. Ähm, die sind halt extrem schön, ne? Das sieht so hübsch aus mit diesen Sparkles drin. Dann ist das hier halt meiner Meinung nach so ein Allrounder Pinsel. Würde ich als Blush, Bronzer, Highlighter, Puder, Schlagmichthot Pinsel nehmen. Das ist so ein abgestreckter Pinsel. Den kannst du halt auch zum Bronzen und zum Bluschen verwenden. Dann haben wir einen... Trinkt den jetzt alle elektrisiert aus, tut mir leid. ...einen, äh, ja, ganz normalen Blendepinsel. Dann ist hier mit dabei ein Point Brush. Damit kann man dann so punktuell Innenwinkel, Augenbrauen, Highlight machen. Wie man lustig ist im Leben. Dann haben wir hier ein Smudger Pinsel mit dabei. Habe ich schon gesagt, mag ich richtig gerne. Äh, ein Spoolie. Ich mag Spoolies. Ne, Spoolies verwende ich seitdem ich meine Augenbrauen tatsächlich jetzt auch mal exzessiv öfters mache. Immer, immer, immer. Und, äh, ich kann auch nicht ohne und ich mag Spoolies. Und die sind bei mir einfach ständig auch in der Wäsche. Und dann haben wir hier einen, den, ja, kann man mögen, muss man nicht. Das ist halt ein ganz witziger Pinsel eigentlich so von der ersten Optik her. Ähm, man kann sich theoretisch damit auch einen Eyeliner ziehen, ne, hier so wundervoll. Ähm, man kann sich hier unten am unteren Wimpernkranz was basteln. Und, äh, ja, ist halt auch so ein universell einsetzbarer Pinsel, wenn man halt so ein bisschen etwas aufregendere Make-Up-Looks ab und an mal schminken möchte. So, äh, ansonsten habe ich hier tatsächlich nur noch... Ich will jetzt nicht, dass man meine Rechnung hier sieht. Sagen wir die die ganze Zeit? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich hier noch eine Maske mitgenommen. Die ist für einen Adventskalender und die Lady wird sich garantiert darüber freuen. Von Evelyn Cosmetics Orchid Cucumber White Willow. Also Orchidee, Gurke, White Willow, keine Ahnung. Und das ist die Maske. Cute Unicorn. Ist die nicht? Unfassbar süß. Und, ja, du hast dann tatsächlich auch ein Einhorn im Gesicht. Hihi. Feier ich sowas, Leute. Okay, und dann haben wir noch zwei Proben drin gehabt. Evelyn Cosmetics Royal Snail. Das ist irgendwie so eine Schnecken-Geschichte. Und, äh, Evelyn Hyalurin Kleinig B5 ab 30. Das kommt in meinen Probengedöns, was ich für Insta sammle. Genau. Das war der Cosmetic Volleßhaut. Da habe ich nicht so viel bestellt. Ähm, so. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Überraschungspart des Ganzen. Und zwar hatte ich ganz vergessen. Ich hatte ja noch eine Glossybox Mystery Herbstbox bestellt. Also ich habe drei schon vorgestellt. Und das ist jetzt die vierte. Die kam jetzt mit ein bisschen Verzögerung bei mir an. Aber ich habe mir gedacht, komm, die schauen wir uns trotzdem jetzt mal im Video an. Habe ich mir bestellt. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich blende euch das mal ein. Ich glaube, Happy Herbst oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Simply Jill Sander. Eine Rich Body Cream mit 30ml ist hier drin enthalten gewesen. Dann haben wir hier drin ein, ähm, Nutra Brow Eyebrow Enhancer 2.0. Das Serum für ihre Brauen. Das finde ich wiederum ganz cool. Denn ich züchte sowieso aktuell meine Augenbrauen. Und mache mir da einfach Wimpern-Serum drauf, weil die mir echt einfach zu krüppelig sind. Zwei Milliliter sind hier drin. Das wird hier ewig an drei Tage reichen, ne? Dann, ähm, Love Beauty and Planet Coconut Oil and Ylang Ylang Hope and Repair Shampoo. Das ist ein veganes Haarshampoo mit 100ml. Ja, Kokosnuss, Kokosnuss ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt. Und Ylang Ylang hört sich aber sehr, sehr angenehm an. Dann haben wir hier von Steve Laurent ein Produkt drin. Und zwar ein Lip Gloss. Das hatten wir tatsächlich auch in einer anderen Glossy Box Überraschung-Surprise-Geschichte. Die dann, den hatte ich schon so oft. Den Lip Gloss von Pixi by Petra. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Lip Lift Max. Ähm, Glossy Lip Plumper. Repulping Leveress. Keine Ahnung. Genau, den hatten wir schon hundertmal drin, ne? Deswegen, ich rechne euch den Wert jetzt auch, glaube ich, nicht zusammen. Ich zeige euch einfach noch, was drin war, weil das ist jetzt hier eigentlich auch eher so ein Haul. Dann von Love den Metallic Bronze Sculpting Lip Befair Nummer 603. Das ist halt so ein richtig metallischer Lippenstift. Dann haben wir hier drin von, das finde ich ja cool, von Richards Holy Crackle Crackling Body Mousse. Das ist mit White Lily and Peach Blossom. 150ml. Hatte ich auch schon mal in der Box drin. Habe ich verwendet, fand ich furchtbar. Tut mir leid. Finde ich wirklich furchtbar. Ich finde den Duft geil. Der ist so, so toll. Aber das prickelt auf der Haut. Und das ist eine Body Lotion. Das heißt, du machst es drauf und du spülst es nicht wieder ab. Das knistert auf der Haut. Und ich fand es ganz übel. Dann haben wir hier noch ein Serum mit drin. Und zwar ist es von Michelin Peach. Ein super teures Serum. Fine Radiance Face Oil. Das ist dieses hier. Also ich glaube, dieses Serum hat einen Wert von, ich glaube, 50 Euro oder so. Schon heftig. Also wir haben hier eine richtig krasse Box dann auch, ne? Solltet ihr noch keine Glossy Box abonniert haben, schaut in die Infobox. Da habe ich euch einen Code reingesetzt. Dann bekommt ihr die auch ein bisschen günstiger. Dann haben wir noch einen Primer von Lancaster mit dabei. Das heißt, Skin Life Shield & Glow Primer 2 in 1 mit Lichtschutzfaktor 30. Hier sind 10ml drin. Hatte ich jetzt auch dieses Jahr schon das ein oder andere Mal im Adventskalender drin. Letztes Jahr ebenso. Deswegen habe ich den auch schon mal ausgetestet. Den finde ich ganz angenehm. Der ist halt wirklich Feuchtigkeitsspenden, ne? Und dann haben wir hier als letztes noch einen Pinsel mit dabei. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal öfter. Von Luxy ist das ein Highlighter-Pinsel. Leute, ihr hört das nicht oft von mir, ne? Aber das ist ein Pinsel, den ich mal weiterwandern lassen werde. Der wird nicht bei mir bleiben. So, genau. Das war jetzt hier so mal einfach so ein kleiner Exkurs. Weil ich weiß, dass nicht alle meine Glossybox-Unboxings gucken. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, das war jetzt irgendwie zwischendrin. Und da wollte ich jetzt kein eigenes Surprise-Surprise-Überraschungs-Unboxing-Video von machen. Genau. Und deswegen habe ich das hier mal mit in den Haul mit reingenommen. Vielleicht hat es euch ja interessiert. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich interessant, was da drin war. Wird dann aber so in Adventskalendern und Verlosungen weitergegeben. So, das war jetzt mein kunterbunter Haul inklusive kleiner Informationen zur Singles Week. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Es ist ein bisschen mauchfrei hier. Das war ein Reim. Cool, oder? Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.